Es läuft so, Sie geben mir Ihre Klamotten, Ihr Auto. Dann mache ich mit Ihrer Freundin einen romantischen Ausflug. Ich bringe Sie morgen wieder zurück. Ich komme wieder her. Dann gebe ich Ihnen Ihren Kram wieder und verschwinde aus Ihrem Leben, und zwar für immer. Und dann sind wir quitt. Ich bin völlig irre! Ich bin völlig seule. Vielen Dank.